herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist julian und ich bin schon seit längerer zeit ein true crime enthusiast und begeister mich immer wieder aufs neue für ungelöste geheimnisse mystery verschwundene menschen mysteriöse todesfälle und alles so was in der art das bekommst du hier auf meinem kanal auch zu sehen und ich bin froh dass es du mir geschafft hat heute erzähle ich euch die geschichte über das verschwinden von matthäus cavecki matthäus cavecki ist ein 30 jähriger pole aus einem kleinen dorf namens hutkopf im südosten polens er arbeitet seit etwa fünf jahren in hannover in deutschland als bauarbeiter und lebt bei seinem vater der ebenfalls in hannover arbeitet matthäus hat eine fernbeziehung zu seiner polnischen verlobten diese ist schwanger und lebt in einem dorf namens lipiagora im nordwesten polens da seine verlobte kurz vor der geburt steht macht sich matthäus am 28 märz 2018 nach der arbeit um ungefähr 23 30 mit seinem 98er bmw 525 von hannover in deutschland auf den weg nach lipiagora in polen die strecke beträgt ungefähr 650 kilometer und matthäus hat angepeilt am nächsten morgen zwischen 8 und 9 uhr anzukommen matthäus schafft es jedoch nie nach lipiagora nach angaben seines vaters ruft er matthäus am 29 märz gegen 10 30 an und sein sohn erzählt ihm dass auf dem weg dorthin schrecklicher verkehr herrschte er insgesamt zwei stunden im stau wegen unfällen wartete und dass er sich zu diesem zeitpunkt in der nähe von stettin befand stettin ist eine stadt an der polnisch deutschen grenze auf dem weg nach lipiagora und von dort aus hat er etwa noch 215 kilometer zurückzulegen um diese zeit sendet er auch eine sms an seine verlobte dass er etwa noch zwei stunden braucht und dann dort ankommen wird aber er hat es nie zu seiner verlobten geschafft und diese sms ist in der tat die letzte kommunikation die es jemals mit matthäus gab nach unbeantworteten anrufen bei matthäus wird seine verlobte immer besorgter und nimmt dann gegen 17 uhr kontakt mit matthäus schwester die ebenfalls in hallo verlebt auf aber niemand kommt durch matthäus telefon klingelt aber er geht nicht ran später am abend geht matthäus mutter dann zur polizei jedoch hält die polizei sie davon ab anzeige zu erstatten weil es angeblich zu früh sei und matthäus wohl wieder auftauchen wird letztendlich meldet matthäus familie ihn trotzdem sowohl in deutschland als auch in polen als vermisst aber die deutsche polizei weigert sich zu ermitteln solange die polnische polizei noch an dem fall arbeitet diese diskrepanz und bürokratische barriere zwischen der deutschen und der polnischen polizei ist während der gesamten ermittlung man kann schon fast sagen tortur für die familie offensichtlich die familie bittet dann die polnische polizei matthäus handy orten zu lassen da das anscheinend noch einige tage nach seinem verschwinden eingeschaltet war aber die polizei ist dazu nicht in der lage da matthäus eine deutsche sim karte benutzte auch die deutsche polizei kann sein handy nicht orten da matthäus in polen verschwunden ist später behauptet die polnische polizei sogar dass das telefon von matthäus nie mit einem polnischen netz verbunden war es ist also unklar wo matthäus den anruf seines vaters erhielt frustriert von der arbeit der polizei beginnt die familie von matthäus mit eigenen ermittlungen und überprüft gründlich die gesamte strecke geht in nebenstraßen erkundigt sich beim tankstellen personal bittet um videoüberwachung geht sogar mit dem bild von matthäus auf märkten in grenznahen städten umher und hängt plakate mit seinem bild auf das ganze hat allerdings nicht viel gebracht denn leider tauchen in den nächsten sechs monaten keine neuen hinweise auf und es scheint dass sich matthäus zusammen mit seinem auto einfach in luft aufgelöst hat die familie wird mehrmals im fernsehen gezeigt und beklagt sich sogar dass die polizei nicht genug tut um die angelegenheit nicht wirklich ernst nimmt am 12 september dann also ungefähr ein halbes jahr nach dem verschwinden von matthäus kommt eine nachbarin zu seiner mutter und fragt sie nach ihrer scheune diese soll wohl schon seit einiger zeit stinken und so langsam fangen die nachbarn an sich zu beschweren man geht davon aus dass es sich wahrscheinlich um ein totes tier handelt kann das ganze aber nicht genau lokalisieren und deswegen fragt ein nachbar schließlich die mutter ob er unter dem dach der scheune nachsehen könnte zum verständnis ist so dass die hälfte der scheune zugemauert wurde wodurch ein zimmer und ein dachboden in diesem teil entstanden sind matthäus mutter stimmt dem ganzen zu also klettert der nachbar hinauf und sieht als allererstes einen haufen kleidung bei genauerem hinsehen allerdings stellt er fest dass es sich tatsächlich um einen toten menschlichen körper handelt einen abgetrennten kopf und ein torso außerdem hängen zwei schlingen vom dach und ein rucksack liegt auf dem boden das ganze zeug scheint von matthäus zu stammen doch inzwischen ist die leiche zu sehr verwest um identifiziert werden zu können jetzt ist komisch an der ganzen sache denn matthäus war damals im märz nicht auf dem weg zum haus seiner familie im südosten polens sondern auf dem weg zu seiner verlobten und die lebt im nordwesten zwischen den beiden orten liegt eine strecke von 635 km und das heimatdorf von matthäus lag etwa so weit von deutschland entfernt wie man in polen nur fahren kann also im die polizei stellt schnell fest dass es sich bei der todesursache um selbstmord handelt und übergibt alle sachen von matthäus an seine familie zurück und hier werden die dinge noch merkwürdiger vier tage nachdem man seine leiche gefunden hat findet die familie von matthäus seinen schuh in der scheune und in diesem schuh befand sich noch der abgetrennte fuß von matthäus alleine das deutet ja schon darauf hin dass die polizei nicht unbedingt die beste arbeit geleistet hat bei der sammlung von beweisen und und es wirft auch die frage auf warum dies bei der autopsie nicht zur sprache kam darüber hinaus sind matthäus einige zähne ausgeschlagen und mit etwas das blut zu sein scheint an seiner kleidung befestigt während ein kopf abgetrennt werden kann nachdem der körper einige zeit an einer schlinge hing ist es für die zähne post mortem ziemlich schwierig herausgeschlagen zu werden es scheint auch blutige flecken auf seiner kleidung zu geben obwohl diese schwer zu unterscheiden sind von dem restlichen schmutz auf den klamotten weil generell alles super dreckig und schmutzig ist in matthäus rucksack befindet sich außerdem eine polnische wasserflasche mit zigaretten stummeln und eine orangensaft packung zu dem orangensaft kommt irgendwie das merkwürdige dass die familie von matthäus sagt er hat nie orangensaft in seinem leben getrunken hat ihn sogar gar nicht gemocht und all diese potenziellen beweise die noch vor ort in der scheune waren die werden ohne jegliche analyse der polizei einfach freigegeben und das größte rätsel von allen ist sein auto bis heute ist es weder gefunden noch gesehen worden nicht in polen nicht in deutschland nirgendwo auch die schlüssel und die fahrzeug zulassung wurden nie gefunden obwohl seine brieftasche in dem rucksack war der auf dem dachboden lag außerdem wurde unter anderem sein telefon gefunden und am 30 märz gab es noch einen weiteren anruf bei seinem onkel das scheint hier allerdings einfach ein zufälliger anruf gewesen zu sein denn das ganze dauerte nur weniger als eine sekunde und der anruf ist auch nie durchgegangen also der onkel hat auf seinem handy nie etwas erhalten darüber hinaus ist der dachboden auf dem seine leiche offensichtlich aufgehängt wurde vom boden im inneren der scheune aus mehr oder weniger gut einsehbar und die familie sagt dass sie die scheune den ganzen sommer über benutzt hat so dass es eigentlich sehr unwahrscheinlich ist dass sie eine hängende leiche nicht bemerkt hätte ich finde es auch merkwürdig dass angesichts des winzigen dorfes in dem matteo schlebte niemand matteos oder sonst jemanden bemerkte der irgendwie versuchte in die scheune zu kommen in einer der sendungen behauptete auch ein staatsanwalt zwar nicht der ermittelnde jedoch ein anderer staatsanwalt man habe fahrkarten für öffentliche verkehrsmittel aus städten in polen gefunden die auf die zeit nach dem verschwinden von matteo startiert sind die polizei und die staatsanwaltschaft behaupten dass es sich bei dem tod um selbstmord handelt und weigern sich trotz einsprüchen und bemühungen der familie weiter zu ermitteln ich persönlich bin ziemlich verblüfft darüber was hier vorgefallen sein könnte selbstmord scheint unwahrscheinlich da der kerl eine verlobte und ein kind hatte was auf dem weg war obwohl man sich natürlich nie ganz sicher sein kann was in dem kopf von jemandem vorgeht wenn andererseits jemand matteos tatsächlich getötet hat ob absichtlich oder versehentlich sei mal dahingestellt und dann einen selbstmord inszeniert hat wie hat er es dann geschafft sich in ein dorf zu schleichen das so winzig ist dass jeder fremde sofort auffällt auch die fahrscheine der öffentlichen verkehrsmittel wirken seltsam und weisen etliche fragen auf was meint ihr was ist mit matteos passiert handelt es sich wirklich um selbstmord wurde ihm die gesamte situation zu viel oder ist matteos opfer eines schaurigen verbrechens geworden danke für deine aufmerksamkeit ich hoffe es hat dir spaß gemacht mir zuzuhören du kannst ja gerne mal in die kommentare schreiben was du denkst was wirklich passiert ist mit matteos und natürlich gerne auch ein like da lassen und einmal auf die glocke klicken für ein abo vielen dank und bis zum nächsten mal